Hallo Leute, schönen guten Tag, schönen guten Abend, je nachdem man hier seht, weiter geht es hier noch mit dem Piraten. Ja, ich zeige hier nochmal den Piratentrack mit dem Originalton, also in der unbearbeiteten Version. Wer das sehen möchte, kann sich das angucken. Wie gesagt, eine bearbeitete Version gibt es dann auch noch. Ja, ich würde sagen, hier geht es weiter mit dem Piratentrack, ne? Okay. Der 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 Das Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020